Ich wollte, ich weiß nicht, ob Sie den kennen oder die kennen, Billy Jenkins oder Tom Prox werden. Das sind zwei Westernhelden. Da gab es so Groschenhefte, die ich verschlungen habe, als ich lesen konnte. Mach das so, wie du es für richtig hältst. Ich habe unterschätzte Talente als Golfspieler. Meine heimliche Schwäche. Heimlich habe ich keine Schwächen. Meine sind bekannt. Mein Vorbild. Mein Vorbild im Politischen waren drei Menschen. Und zwar alle drei Sozialdemokraten. Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Nun kam Retrosum. Niemals rückwärts. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Keine verbalisierten Krokodilstränen meiner Gegner. Ich vermisiere dich auf keinen Fall hören. Sicher blev mir spit. Wir lassen das das failing epoch79